Ja, droht Russland nun die Staatspleite? Der Rubel erholt sich, obwohl der russische Handel ja mit dem Ausland nahezu zum Erliegen gekommen ist. Und obwohl das Land sich wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine mit den schärfsten jemals verhängten Sanktionen konfrontiert sieht, da stellt sich natürlich zwangsläufig auch die Frage, wie das eigentlich überhaupt sein kann. Nun, denn der Rubel ist aktuell wieder auf etwas des Vorkriegsniveaus angekommen, sprich, es ist eigentlich so viel wert wie vor dem Krieg. Was bedeutet das eigentlich? Gleichzeitig gehen Russland jedoch die Dollars aus und die Anzeichen für eine drohende Staatspleite des Landes verdichten sich. Denn da man im Westen gerade ja überhaupt nichts mit dem Rubel anfangen kann, ist die Stärkung des Rubels vor allem auf den Maßnahmen der russischen Zentralbank natürlich zurückzuführen. Denn ein Grund für den angestiegenen Rubel sind die hohen Zinsen vor allen Dingen in Russland. Die Notenbank hat nämlich den Leitzins Ende Februar, man muss sich mal vorstellen, auf 20% kurzerhand verdoppelt. Und vor wenigen Tagen erst wurde dieser dann wieder auf 17% immer noch recht hoch gesenkt. Begründet hat die russische Notenbank diesen Schritt übrigens damit, dass die Risiken für die Finanzstabilität vorerst nichts zugenommen hätten. Doch so einfach, wie das klingt, ist es leider nicht. Denn die russische Notenbank hat eine Riegel quasi vor die Ausfuhr von den Wiesen geschoben und sie somit damit auch wieder begrenzt. Seit den Sektionen der westlichen Industriestaaten gegen die russische Zentralbank ist der Rubel zwar nicht mehr als frei handelbare Ware einzustufen, doch am Devisenmarkt wird ihn nach wie vor entsprechend eingeschränkt gehandelt. Und das ermöglicht natürlich wiederum einen Rubel-Wechselkurs, doch ein gerade erholter Rubel wird in Russland perspektivisch finanziell letztendlich eigentlich gar nicht mehr retten können. Denn erst vor kurzem hat Russlands Regierung fällige Auslandszahlungen zum ersten Mal nur in Rubel und nicht wie vereinbart eigentlich in US-Dollar beglichen. Und die Rede ist hier zur Vollständigkeit halber natürlich von zwei Staatsanleihen, die zwischen den Jahren 2022 bis 2024 laufen und insgesamt immerhin ein Volumen von roundabout 650 Millionen US-Dollar haben, so unsere Recherchen. Die Ratingagenturen Fitch und S&P haben unterdessen auch klargemacht, dass sie es als Zahlungsausfall werten würden, wenn der Schuldendienst in einer anderen Währung als der vereinbarten erfolgen würde. Ja, Russlands drohende Pleite ist daher eigentlich schon ausgemacht. Denn infolge des Krieges und den daraus resultierenden Sanktionen sind die Devisen entsprechend eingefroren. So soll nämlich der Kreml unter anderem auch daran gehindert werden, mit weiteren Milliarden von Dollarn seine Kriegskasse weiter zu füllen. Insgesamt hat ja Russland noch 15 internationale Anleihen mit einem Nennwert von immerhin 40 Milliarden US-Dollar ausstehen. Aktuell übertrifft das Angebot von US-Dollar und Euro auf dem russischen Devisenmarkt also deutlich die Nachfrage. Die Zentralbank und das Finanzministerium verpflichten deshalb, ja, bekanntermaßen bereits Ende Februar, die russischen Exporteure dazu, 80 Prozent ihrer Deviseneinnahmen eben auch an die Zentralbank zu verkaufen. Die gesunkene und besser gesagt gesenkte Nachfrage ist dagegen das Ergebnis der reduzierten westlichen Importe natürlich mittlerweile und der Einführung auch von Devisenkontrollen. Übrigens, die russischen Bürger dürften ja auch nur noch bis zu 10.000 US-Dollar pro Monat ins Ausland überweisen und genauso wenig von ihrem Konto abheben, was vor allem natürlich die Oligarchen dann besonders trifft. Außerdem dürfen die Banken weder US-Dollar noch Euro in bar verkaufen und nichts Ansätze dürfen ihre Vermögenswerte in Russland nicht an der Börse verkaufen. Also so langsam kommt Fahrt gegen Russland mehr und mehr in Betracht. Also, am Ende des Tages wird jedoch die russische Staatspleite auf Dauer nur schwer zu verhindern sein und auch die russischen Bürger werden die damit verbundene Wirtschaftskrise über Jahre hinweg sehr, sehr hart und bitter zu spüren bekommen. Warum aber auch im Rest der Welt beziehungsweise vor allem die führenden Industrienationen mit erheblichen wirtschaftlichen Einbußen zu rechnen haben, darüber habe ich ja erst vor kurzem auch hier ein Video mal auf dem Kanal veröffentlicht. Ich habe es Ihnen hier links einmal eingeblendet. Einfach mal draufklicken und anschauen. Und bis dahin hoffe ich, dass der Krieg im Ukraine-Russland-Konflikt bald ein Ende haben wird, diese schreckliche Situation. Aber ja, wir werden sehen. Alles Gute, Ihr Klosser. Ja, wir werden sehen. Vielen Dank. Vielen Dank.